wie gemein okay aber mit ihnen mit den stiefeln sollte das hier ein bisschen leichter funktionieren kann ich nämlich schon mal so ich dachte so ich bleibe jetzt hängen bis das ding vorbei ist dann reicht es immer noch so kurz hier rüber link link alter macht keinen stress jetzt alles gut es wird knapp das war so knapp warum was war das denn jetzt wieso hat er sich nicht festgehalten link du bist man schon echt kompliziert ich halte mich da jetzt nicht fest wieso wieso hat er sich jetzt nicht festgehalten so it's our through it away throw it to the ground okay so jetzt aber dieser raum jetzt sollte es aber gespeichert sein oder ja es ist gespeichert okay gut da bin ich also wieder dieser raum ist ja eine katastrophe ich weiß nicht wie oft ich jetzt das insgesamt noch mal neu machen musste es war auf jeden fall viel zu oft so und feuer siegel gebrochen das sollte doch hoffentlich das letzte gewesen sein oder der runia kummel na du das feuer siegel ist gebrochen beeil dich bruder und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt Ich hab keine Lust auf die Pegasus-Dinger. Plops, 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 plops. So, da geht's rauf. Okay, ich geh einfach, aber ich möchte vorhin noch kurz da schauen. Da muss es doch durchgehen, oder? War noch nicht zwei Wege, die hochgeführt haben? Komisch. Naja, wir gehen einfach. Wir gehen jetzt und machen alles kaputt, was uns begegnet. Oh, da muss ich raus. Oh, ne. Wieso treffe ich den nicht? Okay, so, jetzt. Und, hat er noch was gedroppt? Natürlich nicht. Oh, nein. Oh, nein, ich hab diesen Happyboard. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Und, das ist auch das. Jetzt ist es好. Oh, nein. Es muss... Es muss ... Wieso? 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 Okay, die habe ich inzwischen besser raus. Oh, wow! Die wurden auch mit denselben HP besiegt. Nice! Und das Feuer ist weg! Oh, Master Key! Master Key! Master Schlüssel! Okay, dann muss ich eh in die Richtung. Hallo! Oh, der ist zu stark für mich! Macht mich one hit! So! Okay, haff damit! Oh, die Dinger! Jetzt muss ich mich wieder erstmal an den gewöhnen. Was? Der hat vier Schläge oder was? Wie viel hat der gebraucht? Krass, wie stark die sind! Okay, einfach draufhauen, okay? Das ist mein letztes Herz! Also mein letztes... ... 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 Erstmal die Rüstung wegkriegen und dann läuft sie. Aua. Oh, Herzen. Da liegen Herzen. Nein, da liegen Herzen und ich habe jetzt eine Fee. Ah. Komm schon. Stopp. Was war das jetzt? Nein, Verschwendung. Schnell, zieh mir was ab. Danke. Und jetzt sind die Herzen, die spawnt. Ich raste aus. Komm her, du. Okay. Geschafft. Und drei Herzen. Babyherzen. Hallo, Babyherzen. So. Was kommt jetzt? Oh. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Wow. Oh. Kann ich den irgendwie hoch? Kann ich tatsächlich hoch, okay. Okay, das bringt mir aber nichts. Da bin ich reingekommen, oder? Da bin ich reingekommen. Hier war ich noch nicht. Ich verstehe den Raum nicht, was der soll. Ich speichere. Ich glaube, ich bin jetzt wirklich mal am Ende. Ich hoffe, ich habe noch nicht. Bis zum nächsten Mal.